Musik Seit 43 Nächten sind Schahrazad und ihre Schwester Danisad gefangen im Regierungspalast des Schreichs. Er wird sie nicht töten, wenn die clevere Schahrazad imstande ist, ihm heitere und gleichzeitig belehrende Geschichten zu erzählen. Heute Nacht trägt sie ihm die Erzählung vom jungen Mann und seiner ihm angetrauten Cousine vor. Kairo ist zunächst der Schauplatz eines vermuteten Ehebruchs. Alles beginnt mit einer Frucht, die seit Jahrhunderten für ihre fatalen Folgen steht. Dem Apfel. Die 44. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach, meine Schwester. Ach, Schahrazad. Erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Almut Tassim ließ ihnen nun so viel Geld auszahlen, wie ihnen angemessen war. Außerdem übergabe jedem von ihnen ein Reittier und schickte jemanden mit, der ihnen bis an die äußerste Grenze seines Landes Geleit geben sollte. So verließen sie ihn und reisten wieder zurück nach Kairo. Sie betraten die Stadt. Zuerst begrüßte er seinen Vater und seine Familie. Dann heiratete er das Mädchen, nämlich die Schwester Almut Tassims, veranstaltete ein prachtvolles Hochzeitsmal und lebte fortan vergnügt mit den beiden Frauen, aß und trank sich satt an den köstlichsten Speisen und Getränken, bis das sichere Ende sie ereilte. Lob sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner. Die Geschichte vom jungen Mann und seiner Cousine Die Leute behaupten, o König, dass es einmal einen jungen Mann gab, einen von den Söhnen der Notabeln, der ein beträchtliches Vermögen besaß, gepaart mit äußerster Schönheit. Er war ein Liebhaber schöner Literatur und gepflegter Unterhaltung. Sein Vater hatte ihm Geld hinterlassen. Davon hatte er seine Cousine geheiratet. Alles das spielte sich in der Stadt Kairo ab. Am Ufer des Nils hatte er sich eine Villa gebaut. Die war die höchste am ganzen Nilstrand. Der junge Mann hielt sich für gewöhnlich im Tuchhändlermarkt auf, denn er war Kaufmann und betrieb diesen Beruf mit Leidenschaft. Auch liebte er seine Cousine, von der ihm Gott, der Erhabene, einen Sohn geschenkt hatte. Der Sohn war ungefähr vier Jahre alt. Nun hatte der junge Mann einen anderen Jüngling zum Freund. Der brachte ihm eines Tages einen irakischen Apfel mit und wollte ihn ihm schenken. Doch der junge Mann weigerte sich, den Apfel anzunehmen. Einen solchen Apfel, bemerkte er dazu, umfasst nur die Hand eines Verliebten. Unterdessen hatte das Kindermädchen den Sohn des Kaufmanns zu seinem Vater gebracht. Und so schenkte der Freund dem kleinen Jungen den Apfel, ohne dass dessen Vater dies bemerkte. Der Junge nahm den Apfel und steckte ihn in die Tasche seines Gewandes. Dann brachte das Kindermädchen den Jungen wieder nach Hause. Dort schenkte das Kind den Apfel seiner Mutter. Und diese nahm den Apfel und legte ihn unter ihr Kopfkissen. Als es Nacht geworden war, kam der junge Kaufmann nach Hause und legte sich ins Bett, um zu schlafen. Da spürte er unter seinem Kopf eine Wölbung. Er nahm das Kissen hoch und entdeckte den Apfel. Das ist doch der Apfel, den der Jüngling mitgebracht hatte, dachte er bei sich und stöhnte auf. Oh weh, oh weh, er hat also ein Verhältnis mit meiner Frau. Das soll sie nicht überleben. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Shaharazad und sie verstummte. Der König aber erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 45. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach meine Schwester, ach Shaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Als der junge Mann das sah, nahm er den Apfel an sich und verbarg ihn. Dann rief er nach seiner Cousine. Ich möchte, dass du mir im Dachzimmer das Bett machst, sagte er zu ihr, denn ich finde einen Kummer in meiner Seele. Vielleicht schaue ich am besten ein wenig auf den Nil hinunter. Das Mädchen bereitete ihm also ein Lager im Dachzimmer, ohne zu wissen, was vorgefallen war. Doch der Herr des Verborgenen lenkt das Verborgene, wie es ihm gefällt. Er stieg also hinauf in das Dachzimmer, öffnete das Fenster und sagte zu dem Mädchen, stecke deinen Kopf hinaus und schaue dir den Nil an. Sie steckte ihren Kopf durch das Fenster nach draußen, da packte er sie bei den Beinen und warf sie in den Nil hinab. Dort unten, genau unterhalb des Dachzimmers, war gerade ein Fischer in seinem Boot auf Fischfang. Als sie ins Wasser stürzte, alles das geschah in der Dunkelheit der Nacht, bemerkte der Fischer etwas, das im Wasser strampelte, also im Nil. Er ergriff das Mädchen, zog sie ins Boot und fuhr mit ihr zu seinem Haus. Der Fischer wohnte in einiger Entfernung von der Stadt am Ufer des Stroms. Am nächsten Morgen stieg der junge Mann vom Dachzimmer hinunter und fand seinen Sohn in Tränen aufgelöst. Warum weinst du? erkundigte er sich. Ich habe doch meiner Mutter den Apfel geschenkt, den mir Onkel Sohn so im Laden gegeben hat, schluchzte das Kind. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Apfel ist. Da bereute der junge Mann, was er getan hatte, doch nützte ihm die Reue nun nichts mehr. Vor dem Vater des Mädchens und ihrer Verwandtschaft hielt er die ganze Angelegenheit geheim. Eines Tages saß er auf dem Markt und grübelte über das Geschehene nach, als er plötzlich das Kleid seiner Cousine in der Hand eines Maklers entdeckte. Bring mir den Besitzer dieses Kleides, beschwor er den Makler. Der brachte den Mann herbei. Woher hast du dieses Kleid? wollte der junge Mann wissen. Es ist mein Eigentum und meine Ware, versetzte jener. Sei ehrlich zu mir, verlangte er, und erzähle mir die wahre Geschichte. Dann schenke ich dir das Kleid und bezahle dir noch dazu seinen Kaufpreis. Mit diesen Worten machte er sich zusammen mit dem Fischer auf den Weg zu dessen Dorf. Er trat in des Fischers Hütte und erblickte das Mädchen. Augenblicklich warf er sich ihr in die Arme und berichtete ihr, was ihm widerfahren war. Ach, mein lieber Cousin, sagte sie, Gott möge gnädig verzeihen, was vergangen ist. Der junge Mann verbrachte diese Nacht als Gast bei dem Fischer. Noch bevor der Morgen dämmerte, wandte sich der Fischer an den jungen Tuchhändler. Möchtest du nicht lieber jetzt schon aufbrechen, schlug er ihm vor, denn am Tage überfallen die Wegelagerer aus der arabischen Wüste hier die Reisenden. Möge es Gott dir mit Gutem vergelten, bedankte sich der junge Mann. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Shaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 46. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach, meine Schwester, ach Shaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Der junge Mann stieg auf sein Pferd und ließ das Mädchen hinter sich aufsitzen. Die beiden ritten, bis sie sich etwa zwei Meilen weit vom Dorf entfernt hatten. Dort kehrte der Fischer um und ließ sie allein weitergehen. Auf einmal stürzten Räuber aus einem Hinterhalt hervor, raubten ihm das Mädchen und schmetterten ihn zu Boden. Sie hatte aber ein irakisches Schürzentuch um ihren Kopf gewunden. Das nahm sich einer der Räuber. Der junge Mann blieb bewusstlos auf der Erde liegen. Später stand er auf und ging nach Hause. Dort wusste niemand, was ihm zugestoßen war. Er kehrte in seinen Laden zurück und begann wieder zu verkaufen und zu kaufen, wobei er unablässig an seine Cousine dachte. Eines Tages saß er so in seinem Laden, als er in der Hand des Maklers plötzlich das Schürzentuch sah. »Wo hast du diese Schürze her? Wer hat sie dir gegeben?« sprach er den Makler an. »Ich habe sie von einem Beduinen aus der arabischen Wüste«, sagte der. »Herbei mit ihm«, verlangte er, »und zwar sofort.« Als der Beduine erschien, grüßte er ihn und wandte sich dann an ihn mit den Worten »Erkennst du mich wieder, Bruder Beduine?« »Nein, nein, ich kenne dich nicht«, entgegnete der Beduine. »Ich bin es, so und so, der Sohn von dem und dem«, behauptete der junge Mann und fügte hinzu, »du hast doch dreitausend Goldstücke bei mir hinterlegt.« Damit wollte er ihn hinters Licht führen. »Ach ja, natürlich«, besann sich der andere. »Bruder Beduine«, sagte der junge Mann nun, »wie ist diese Schürze in deinen Besitz gekommen?« »Ich habe beim Losen nichts anderes gewonnen als sie«, klagte jener. »Und wie ist das genau vor sich gegangen?«, fragte er nach. Da berichtete der Beduine, »ich bin eines Tages mit meinen Brüdern zur Wegelagerei ausgezogen. Wir trafen auf einen jungen Mann, der ein Mädchen dabei hatte. Den jungen Mann haben wir überfallen und umgebracht. Das Mädchen haben wir mitgenommen. Dann haben wir das Mädchen und die Kleider des jungen Mannes unter uns verlost. Mein Los ist auf das Schürzentuch gefallen. »Komm erst einmal mit zu meinem Haus, damit ich dir dein Geld zurückgeben kann«, forderte der junge Mann den Beduinen auf. »Gott möge es dir mit Gutem vergelten«, bedankte sich der Beduine, erhob sich und ging mit dem jungen Mann zu dessen Haus. »Komm herein«, ermunterte der Kaufmann ihn und schob ihn dabei in einen Raum im Innersten des Hauses. Der Beduine trat hinein und der junge Mann drehte hinter ihm den Türknauf herum. Nun war der Beduine in einem Korridor gefangen. Der junge Kaufmann aber sprang mit einer Lanze in der Hand auf ihn zu. »Ich schwöre bei Gott, dem Spalter von Korn und Kernen«, herrschte er ihn an, »wenn du deinen Brüdern nicht schreibst, dass sie das Mädchen herausgeben sollen, bist du ein toter Mann. Ich bin es nämlich, mit dem dir passiert ist, was du vorhin beschrieben hast. Mir habt ihr das Mädchen geraubt.« Und er schickte sich an, ihn umzubringen. »Immer mit der Ruhe, junger Mann«, beschwichtigte ihn der Beduine. »Bring mir ein Tintenfass und ein Blatt Papier.« Er brachte es herbei und jener schrieb einen Brief an seine Brüder. »Ich bin gefangen gesetzt worden wegen des Mädchens. Sobald euch dieser Brief erreicht, schickt das Mädchen nach Kairo zum Haus von So und So. Friede sei mit euch.« So lautete das Schreiben. An dieser Stelle erreichte das morgengrauen Schaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die siebenundvierzigste Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester, Danisad, ihr zu. »Ach, meine Schwester! Ach, Schaharazad! Erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten!« Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Nachdem der Beduine den Brief geschrieben hatte, übergabe ihn dem jungen Tuchhändler. Der reichte ihn weiter an einen Mann, der ihn schließlich zum Lagerplatz seiner Brüder, der Beduinen, in die arabische Wüste brachte. Als diese die Geschichte begriffen hatten, nahmen sie das Mädchen, kleideten sie reichlich ein, setzten sie auf ihr Reittier und führten sie in ihre Heimat. Kaum war sie bei ihrem Cousin eingetroffen, fragte er sie nach den Beduinen und was sie mit ihr getan hätten. »Sie haben mir nichts angetan,« versicherte sie. »Sie waren immer gut zu mir.« Da ließ er den Beduinen aus dem Korridor frei. Er gab ihm das Schützentuch sowie eine Menge Goldmünzen und Gewänder und schickte ihn fort. Von nun an lebte der junge Mann mit seiner Cousine vergnügt, aß und trank sich satt an den köstlichsten Speisen und Getränken, bis das sichere Ende sie ereilte. Lob sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner. Die Geschichte vom König und seinen drei Söhnen Die Leute behaupten, o König, dass es einmal einen König gab, der das Land in seiner Weite und Breite beherrschte und zahlreiche Truppen besaß. Dieser König hatte eine Reihe von Söhnen. Als er in die Jahre kam und sein Rücken sich krümmte, rief er seine Visiere und seinen Hofstaat zusammen und sprach zu ihnen, »Meine Söhne sind erwachsen geworden. Darum nennt mir einen Mann mit drei Töchtern, die ich mit meinen Söhnen verheiraten kann.« Es erhob sich ein betagter, ehrwürdiger Scheich. »Majestät«, sprach er, »im Lande Persien gibt es einen König, der hat drei Töchter, die zu den schönsten Frauen auf der ganzen Welt gehören.« Als der König die Rede des Scheichs vernommen hatte, bestellte er seine Söhne zu sich, übertrug einem von ihnen die Regierung des Reichs und machte sich auf den Weg. Er durchquerte das Land in seiner Weite und Breite, bis er an ein hohes Plateau kam, in dessen Mitte sich eine Höhle auftat. Da sich die Nacht schon über ihn senken wollte, ritt er darauf zu, um sich schlafen zu legen. So wie er sich der Höhle genähert hatte, stieg er vom Pferd, breitete seine Kleider am Boden aus, legte sich darauf und schlief ein. Er erwachte nicht eher, als bis ein Löwe über ihm kauerte und ihn aufras. Zu Hause warteten seine Söhne die Frist ab, zu der ihnen ihr Vater seine Rückkehr versprochen hatte. Doch er kam nicht wieder. Da berieten sie sich miteinander. »Meine lieben Brüder«, sagte der Älteste, »wir haben ja nun keine Kunde mehr von unserem Vater. Darum setzt irgendjemanden als Stellvertreter über die Stadt ein und lasst uns in das Land der Perser ziehen, um ihn zu suchen.« Sie setzten jemanden ein, der die Stadt regieren sollte, dann zogen die drei Brüder auf ihren Pferden hinaus. Sie durchquerten das Land in seiner Weite und Breite, und als die Nacht hereinbrach, waren sie gerade bis in die Nähe der Höhle gelangt, in der der Löwe ihren Vater gefressen hatte. Sie stiegen von ihren Tieren ab und sagten zueinander, »Wer hält heute Nacht Wache?« Schließlich warfen sie das los, und es fiel auf den Ältesten von ihnen. Nachdem seine Brüder eingeschlafen waren, legte dieser seine Hand fest um das Heft seines Schwerts und machte sich auf, um die Höhle zu erkunden. Dann näherte sich der Löwe, der wie ein furchterregender Berg aussah. Als der Königssohn den Löwen sah, stürzte der schon auf ihn zu, da er eine günstige Gelegenheit gefunden zu haben glaubte. Doch der junge Mann suchte Deckung, ging dann mit einem Krummdolch auf den Löwen los und köpfte ihn, wie man ein Schreibrohr kappt. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Schaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 48. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu, Ach, meine Schwester, ach Schaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Als der Morgen graute, setzten sie sich wieder auf ihre Reittiere und durchquerten das Land in seiner Weite und Breite bis zum Einbruch der Nacht. Dann ließen sie sich nieder und zwei von ihnen legten sich schlafen. Diesmal hielt der mittlere Bruder Nachtwache. Während er so da saß, sah er auf einmal in der Ferne ein Feuer flackern. Er ging darauf zu und bemerkte, dass es sich um eine gewaltige Höhle handelte, in deren Innerem eine Kerze brannte. Vor der Kerze saß ein Mädchen. Sie glich dem leuchtenden Vollmond oder dem zunehmenden Mond, wenn er sich rundet. Das Mädchen saß in der Höhle, auf ihrem Schoß aber ruhte das Haupt eines Schwarzen, der wie ein hoch aufgeschossener Palmstamm war. Das Mädchen weinte. Geräuschlos wie eine Natter schlich sich der junge Mann an sie heran, stürzte sich auf den Schwarzen und versetzte ihm einen Hieb, mit dem er ihn köpfte, wie man ein Schreibrohr kappt. Wer bist du, durch dessen Hand mich Gott vor diesem grausamen Feind gerettet hat, sprach das Mädchen ihn an. Bist du ein Dschinn oder ein Mensch? Und wer bist du, mein Mädchen? fragte er zurück. Ich heiße Dabjat Al-Qusur, die Antilope der Paläste, sagte sie. Ich bin eine Königstochter. Mein Vater ist der Herrscher des Blütenlandes. Wo hat er seine Residenz? fragte er weiter. Hinter diesem Hügel gab sie Auskunft und fuhr fort. Es war nämlich so. Ich war mit einer Gruppe Mädchen auf einem Ausflug, da hat mich dieser Recke gefangen und hierher entführt. Der junge Mann hob sie hoch, nahm sie mit und ritt mit ihr geradewegs zum Schloss ihres Vaters. Er klopfte ans Schlosstor und die Torwächter kamen zu ihm heraus. Wer bist du, der in der Dunkelheit der Nacht an des Königs Pforte pocht? sprachen sie ihn an. Ich habe einen wichtigen Rat für den König, entgegnete er. Da ließen sie ihn ein. Er trat vor den König hin, grüßte ihn und berichtete, was er mit dessen Tochter erlebt hatte. Dieser dankte ihm für seine Tat. Junger Mann, sprach er dann zu ihm. Ich möchte sie dir zur Frau geben. Einverstanden, sagte er. Ich muss nur erst etwas erledigen und komme dann zu dir zurück. Der König gab ihm seinen Ring zum Pfand und ertrollte sich zu seinen Brüdern. Den Rest der Nacht hielt er bei den beiden Wache. Keiner von ihnen hatte bemerkt, was ihm widerfahren war. Am nächsten Morgen stiegen sie alle wieder auf ihre Reittiere und durchquerten das Land, bis sich die Nacht auf sie herabsenkte. Dann legten sich der Älteste und der mittlere Bruder schlafen. Nun war es an dem Jüngsten zu wachen. Da sah dieser plötzlich in der Ferne ein Licht leuchten. Er ging darauf zu. Und als er es erreicht hatte, fand er dort eine Höhle, in deren Inneren ein Feuer brannte. Rund um das Feuer hockten 99 Männer. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Schahrazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 49. Nacht. Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach, meine Schwester, ach, Schahrazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Der junge Mann betrat die Höhle und mischte sich unter die Männer. Und was sah er da? Es waren Räuber. Sie stellten Essen vor sich und ihr Hauptmann teilte es gemäß ihrer Anzahl in Portionen auf. Jeder von ihnen nahm sich eine Portion. Für den Räuberhauptmann aber blieb keine Portion mehr übrig. Freunde, stellte der Hauptmann fest. Mir scheint, da ist einer zu viel bei euch. Sie zählten die Essensportionen durch. Es waren 99 Portionen. Hoch damit, befahl ihnen der Hauptmann. Jeder hob seine Essensportion hoch. Und nun war der junge Mann ohne Portion geblieben. Habe ich euch nicht gesagt, dass unter euch einer zu viel ist, wiederholte der Räuberhauptmann. Da griffen sie alle zu ihren Schwertern, standen auf und machten sich daran, den überzähligen Mann zu suchen. Bleibt, wo ihr seid, rief da der Königssohn ihnen zu. Ich bin es, der sich zu euch gesellt hat. Ich bin einer der allergrößten Räuber. Sie freuten sich über ihn und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und ihr Mahl zu teilen. Junger Mann, sagten sie dann zu ihm, wir wollen heute Nacht den Königspalast ausrauben. Damit meinten sie eben den König, dessen Tochter sein mittlerer Bruder heiraten wollte. Ich kann den Leuten zeigen, wie sie in den Palast hineinkommen, schlug der junge Mann ihnen vor. Sie schlichen sich also zum Palast und brachen ein Loch in die Mauer. Als das Loch groß genug war, kroch der Königssohn als erster in den Palast. Jetzt kommt er rein, sagte er zu seinen Komplizen, aber einer nach dem anderen. So krochen sie einer nach dem anderen hinein und er schlug einem jeden den Kopf ab. Solange, bis kein einziger von ihnen mehr übrig war. Dann trat er selbst wieder an das Loch, stieg hinaus und verschloss es. Daraufhin begab er sich zurück zu seinen Brüdern, all das geschah noch in derselben Nacht, und hielt Wache bis zum Morgen. Als der Morgen dämmerte, stiegen sie wieder auf ihre Reittiere und ritten in die Stadt. Sie fanden die Stadttore verschlossen. Drinnen aber brandeten die Menschen wie wellentosend gegeneinander. Sie erkundigten sich, was geschehen sei, und man gab ihnen folgende Auskunft. Der König hat in der Stadt ausrufen lassen, wer immer ihm erklären könne, was in seinem Palast vorgefallen sei, dem solle sein halbes Königreich gehören. Wir werden dem König erzählen, was in seinem Palast passiert ist, sagten die drei. Und schon befahl der König, dass sie zu ihm vorgelassen würden. Nachdem sie eingetreten waren, grüßten sie ihn höflich. Wer seid ihr? sprach der König sie an. Wir sind die Söhne von König, so und so, antworteten sie. Dann trat einer von ihnen nach vorne. Mir ist das und das passiert, berichtete er und warf den Löwenkopf vor sich auf die Erde. Mir ist es so und so ergangen, sagte der Mittlere. Ich habe das Mädchen befreit und zu ihrem Vater zurückgebracht. Hier ist ihr Ring. Schließlich trat der Jüngste vor. Verehrter König, sagte er, ich habe gestern in deinem Palast dieses und jenes erlebt. Ich habe das getan und auch die Räuber getötet. Der König war über die Maßen erstaunt. Ist das wirklich wahr? wunderte er sich. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Shaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 50. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, nahm das Siegel ab und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach, meine Schwester, ach Shaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Nein, einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Der König forderte sie auf, sich niederzulassen und ließ sie angemessen belohnen. Sie aber forschten weiter nach dem Verbleib ihres Vaters. Doch keiner konnte auch nur die kleinste Kunde von ihm erlangen. So brachten sie einige Tage zu. Dann heiratete der Königssohn die Königstochter und man richtete ein üppiges Festmahl für ihn aus und schenkte ihm reichlich Geld. Der mittlere Bruder begab sich zu dem Vater des Mädchens und heiratete diese. Der älteste Bruder blieb bei dem König. So nahm jeder von ihnen die Regierungsgeschäfte in seinem Königreich auf. Und sie lebten hinfort, vergnügt, aßen und tranken sich satt an den köstlichsten Speisen und Getränken, bis das sichere Ende sie ereilte. Lob sei Gott, dem Herrn der Weltbewohner. Die Geschichte vom Jüngling mit den Goldfäden Die Leute behaupten, o König, doch Gott weiß es am besten, dass es in Bagdad einmal einen jungen Mann gab, einen von den Kaufmannssöhnen, dem war der Vater gestorben und hatte ihm Geld in Hülle und Fülle hinterlassen. Er aber aß und trank und hörte nicht eher damit auf, als bis kein einziger Dinar und kein Dirrham mehr übrig war. Als er nun mit leeren Händen dastand, wandte er sich an seine besten Freunde, denen er in herzlicher Zuneigung verbunden war. Diese aber schickten ihn fort und leugneten, ihn zu kennen. Der junge Mann kehrte um, lief zu seiner Mutter und erzählte ihr alles. Mein lieber Sohn, antwortete sie, auch mir ist bei Gott nicht ein einziger Dinar und kein Dirrham mehr geblieben. Dieser Teppich hier, auf dem ich schlafe, ist das Letzte, was ich besitze. Mit diesen Worten übergab sie ihm den Teppich. Der junge Mann trug den Teppich zum Markt und verkaufte ihn für einen Dinar. Er nahm die Goldmünze fest in die Hand und wollte damit nach Hause zurückkehren, als er plötzlich die Stimme eines Maklers hörte. Wer kauft mir etwas ab, das ihn über Nacht zu einem reichen Mann macht? Als der junge Mann den Makler das Ausrufen hörte, ging er auf ihn zu und fragte ihn, was soll denn das sein? Da zog der Makler ein großes Messer hervor. Der junge Mann war übrigens Ali ibn Abderrahman, der Tuchhändler. Er nahm das Messer und bezahlte ihm dafür den Dinar. Dann trollte er sich nach Hause. So wartete er denn bis zum Einbruch der Nacht, nahm das Messer in seine Hand und verließ in der Dunkelheit der Nacht sein Haus. Er spazierte kreuz und quer durch die nächtlichen Gassen der Stadt, bis er schließlich zum Palast des Kalifen Al-Ma'amun gelangte. Der Palast stand offen und die Torwache schlief. Als er das alles so vorfand, sprach er zu sich selbst, entweder werde ich diese Nacht noch reich oder ich sterbe. Damit trat er durch das Palasttor und durchschritt einen Vorhof nach dem anderen, bis er auf einmal vor lauter hell erleuchteten hohen Gemächern stand. Zwischen den Gemächern befand sich eine reizende Gartenanlage, in der Bäume gepflanzt worden waren. Inmitten der Gärten drehte sich ein Wasserrad aus Grünholz mit goldenen Beschlägen. Auch standen in den Gärten Pavillons aus Sandelholz mit kleinen, eisernen Fensterchen oben in der Kuppel. Ein Wildesel graste frei unter den Bäumen. An dieser Stelle unterbrach das morgengrauen Schaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 51. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu. Ach, meine Schwester, ach, Schaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Der junge Mann hielt sich zwischen jenen Bäumen verborgen, solange bis alle im Palast eingeschlafen waren. Dann huschte er durch die mit Holzgittern abgetrennten Räume. Am Ende gelangte er zu einem Raum, aus dem ein köstlicher Duft an seine Nase drang. Inzwischen war er hungrig geworden. Er ging darauf zu und fand dort Speisen aufgetischt. Während er von jenen Speisen aß, hörte er plötzlich ein Geräusch hinter sich. Er drehte sich um und sah einen schwarzen Sklaven, der ein gezücktes Schwert in der einen Hand hielt. Mit der anderen Hand hatte er die Haare eines Mädchens gepackt, die dem aufsteigenden Vollmond glich oder einer ungezähmten Gazelle, die frei weidend sich an frischem Grase gütlich tut. Der Sklave zerrte sie an den Haaren mit sich, zog sie in den Raum, warf sie zu Boden und setzte sich auf ihren Brustkorb. Ich schwöre bei Gott, drohte er ihr, wenn du dich mir nicht hingibst, wirst du nicht länger leben. Und ich schwöre bei Gott, dass das niemals und auf gar keinen Fall geschehen wird. Gott gab sie zurück. Der Schwarze schickte sich an, sie zu töten, da sprang der junge Mann auf ihn zu und versetzte ihm mit dem Messer, das er in den Händen hielt, einen Hieb zwischen die Schultern. Er stürzte tot zu Boden. Als das Mädchen das sah, stand sie auf, warf sich dem Jüngling um den Hals und sagte, Wer bist du, den Gott mir als Retter geschickt hat? Mein Name ist Ali ibn Abdallah ibn Abdurrahman, der Tuchhändler. Bleib, wo du bist und warte, bis ich wiederkomme, wies sie ihn an. Damit verschwand das Mädchen für eine Weile, kam wieder, grüßte ihn und überreichte ihm tausend Dinar. Junger Mann, sagte sie dazu, dies ist nur ein weniges von dem Dank, den ich dir schulde. Dann schmuggelte sie ihn durch eine Hintertür hinaus, ging zurück und verbarg die Leiche des Sklaven an einem geheimen Ort. Der junge Mann trollte sich zu seiner Mutter. Er fand sie in Tränen aufgelöst. Sobald er eingetreten war, stand sie auf, kam auf ihn zu und nahm ihn in den Arm. Er übergab ihr das Säckchen mit dem Geld. Wo hast du das her, mein Sohn? wunderte sie sich. Es ist Gottes Lohn, erwiderte er. Wie der Koran sagt, Gott versieht mit Gaben, wen er will, ohne abzurechnen. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Shaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 52. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu, Ach, meine Schwester, ach, Shaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Der Jüngling verbrachte also diese Nacht. Als Gott den nächsten, schönsten Morgen dämmern ließ, klopfte es plötzlich an seiner Tür. Er ging hin und öffnete. Und wer stand vor der Tür? Ein schwarzhäutiges Mädchen. Mein Herr, sprach sie ihn an, bist du Ali ibn Abdurrahman, der Tuchhändler? Jawohl, da bin ich, gab er zur Antwort. Und sie überreichte ihm tausend Dinar. Von nun an schickte sie ihm jeden Tag ein Geschenk. Eines Tages hatte sie ein gebratenes Lamm zubereitet. In den Bauch des Tieres steckte sie vier Goldfäden, von denen jeder Faden ein ganzes Schatzhaus wert war. Dazu bug sie Brotfladen aus feinstem Mehl. Sie legte das Lamm unter die Brotfladen, stellte es auf ein Tablett aus Bambus, breitete noch eine seidene Serviette darüber und übergab es ihrer Dienerin mit der Anweisung, geh damit zum Haus von Ali ibn Abdurrahman, dem Tuchhändler. Unterwegs begegneten ihr die Freunde und Zechkumpane des jungen Mannes. Sie rochen den Duft des Lammfleisches und folgten der Dienerin. Beim Haus des jungen Mannes sahen sie sie innehalten und an die Tür klopfen. Die Tür wurde geöffnet. Nimm dieses Geschenk, mein Herr, sagte sie und er nahm ihr das Tablett ab. Die Dienerin ging wieder davon. Seine Freunde aber hatten alles beobachtet. Hey, Abul Hassan, riefen sie ihm zu. Das ist aber ein leckeres Essen, das dir die Dienerin da gebracht hat. Willst du uns nicht etwas davon abgeben? Von euch kommt mir keiner mehr ins Haus, wies er sie ab. Dann verzehren wir das Essen eben draußen, in der Diele, schlugen sie vor. Nun gut, willigte er ein, das sei euch gestattet. Er wusste aber nicht, was im Bauch des Lamms steckte. Also ließ er sie in die Diele hereinkommen, stellte das Tablett vor sie hin und ging selbst wieder ins Haus zurück, um ihnen Wasser zu holen. Unterdessen hatten sie bereits entdeckt, dass der Bauch des Lamms gefüllt war. Sie öffneten ihn und was sahen sie da? Die Goldfäden. Als sie das entdeckten, sagten sie zueinander, habt ihr das gesehen? Dieser Lüstling hat sich auf eine Affäre mit der Konkubine des Kalifen eingelassen. Wie kann das angehen? Bei Gott, diese Goldfäden kommen nirgendwo anders her als aus seinem Palast. Kommt, wir wollen seinen Fall aufdecken. Mit diesen Worten nahmen sie die Fäden an sich und gingen damit zum Palast des Königs. Wir haben einen wichtigen Rat für den König, riefen sie. Der Kammerherr trat zu ihnen heraus. Wie lautet denn euer Rat, wollte er wissen. Und sie erzählten ihm, was sie zu melden hatten. Da gewährte der König ihnen Zutritt und befahl, dass sie vorgelassen würden. Sie traten ein und grüßten höflich. »Majestät«, fing einer von ihnen an. »Wir waren in Abdullah ibn Abdurrahman's Haus zum Essen eingeladen und haben diese Goldfäden hier im Bauch eines Lams gefunden, das ihm als Geschenk geschickt worden war. und sie übergaben sie dem König. Der Jüngling aber ahnte nichts von alledem. Er war mit dem Wasser aus dem Haus gekommen und hatte keine Spur mehr von ihnen vorgefunden. So nahm er das Tablett, trug es ins Haus, stellte es vor seine Mutter hin und begann zu essen und auch seiner Mutter von dem Essen zu geben. Zur selben Zeit befanden sich seine Freunde beim König. Als der König die Goldfäden sah, verfärbte sich sein Gesicht. Er wusste sofort, dass dies ein Zeichen für ein schon fortgeschrittenes Verhältnis zwischen dem Mädchen und dem jungen Mann sein musste. Der König befahl ihnen, den jungen Mann herbeizubringen und sie begaben sich in Begleitung einer Schar von Sklaven zum Haus des Jünglings. Der junge Mann saß gerade zu Hause, als ihn plötzlich die Sklaven umringten, ihm die Hände auf den Rücken banden und ihn aus dem Haus holten. Sie schleppten ihn zum König und setzten ihn vor ihn hin. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Schaharazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 53. Nacht Und in der folgenden Nacht kam der König, brach das Siegel auf und schlief mit dem Mädchen bis zu der bewussten Zeit. Da rief ihre Schwester Danisad ihr zu, Ach, meine Schwester, ach, Schaharazad, erzähle doch unserem Herrn, dem König, deine schönen Geschichten. Einverstanden. Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Sobald der junge Mann vor dem König eingetroffen war, stellte der ihn zur Rede. Woher hast du diesen Faden? Gott möge dem König Gedeihen schenken und ihn versöhnen, gab der Jüngling zurück. In der Tradition des Propheten ist uns überliefert, dass Geschenke angenommen werden müssen. Ich habe ein Geschenk erhalten und es angenommen. Wer hat es dir denn geschenkt? fragte der König nach. Ich saß gerade zu Hause herum, als es plötzlich an der Tür klopfte, berichtete der Jüngling. Ich bin hinausgegangen. Draußen sah ich eine schwarze Dienerin, die mir ein Tablett mit gebratenem Lamm und Brotfladen aus feinstem Mehl brachte. Dann sind diese Leute hier dazugekommen und haben mich gefragt, ob sie etwas davon essen dürften. Ich habe sie in die Diele meines Hauses eingelassen und bin selbst ins Haus zurückgegangen, um ihnen Wasser zu bringen. Als ich mit dem Wasser wieder herauskam, habe ich keine Spur mehr von ihnen vorgefunden. Ich habe dies und jenes an ihnen getan, fuhr er fort, habe sie eingeladen und sie haben von meinem Essen gegessen. Ist das, was du hier siehst, der Lohn, den ich dafür von ihnen erhalten soll? Als der König seine Rede gehört hatte, erhob er sich, ging in seinen Harem und begab sich geradewegs zu dem Mädchen, dem die Goldfäden gehört hatten. Kennst du diese Goldfäden? fragte er sie. Ja, erwiderte sie. Wer hat sie in den Bauch des gebratenen Lams gesteckt und dieses dann als Geschenk zu dem jungen Kaufmannssohn geschickt? Ich war es, gestand sie. Und warum? fragte er nach. Da sagte sie, Gott möge dem König Gedeihen schenken und ihn versöhnen. Ich habe das und das mit ihm erlebt. Und sie erzählte ihm die ganze Geschichte, nämlich wie er den Sklaven getötet hatte. Dann führte sie ihn zu dem Ort, wo sie den Schwarzen versteckt hatte und er überzeugte sich selbst davon, dass dieser erschlagen worden war. Der König entblößte nun ihren Rücken und sah schwarze Striemen von den Hieben, die ihr der Sklave mit dem Schwert versetzt hatte. Da konnte ich nicht anders, schloss sie ihren Bericht, als es dem Jüngling so zu vergelten, wie du es gesehen hast. Nun ließ er sie wieder allein, bestellte den Jüngling zu sich und erzählte ihm, was das Mädchen ihm berichtet hatte. Daraufhin ordnete er an, dass das Mädchen fortan dem Jüngling gehören sollte. Ihn selbst aber fragte er, welches Urteil er über seine Freunde fällen wolle und er verwies sie aus der Stadt und verbannte sie aus seinem Land. Fortan aber gehörte der Jüngling zu den engsten Vertrauten an der Tafel des Königs, bis das sichere Ende sie ereilte. Die Geschichte von den vier Freunden Die Leute behaupten, o König, dass es zur Zeit des Kalifen Harun al-Rashid vier Freunde gab. Der eine war ein Dieb, der zweite ein Fährtenleser, der dritte war Tischler und der vierte Schütze. Die vier kamen in die Stadt Bagdad und stiegen in einem Haus ab. Die Häuser in Bagdad hatten damals eisenvergitterte Oberlichter. Sie betraten also das Haus. Die Nacht brach herein und sie stellten Speisen und Getränke vor sich. Da klappte plötzlich das eiserne Gitterfenster über ihnen herunter. Sofort sprangen sie auf und schauten sich um. Und was sahen sie da? Ein Mädchen, gleich dem strahlenden Vollmond. Wer bist du, Mädchen? fragten sie. Sie aber schwieg und gab ihnen keine Antwort. Da rief ein jeder von ihnen, sie gehört mir. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Schaharazad und sie verstummte. Der König aber erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich in seine Regierungsgemächer. Die 54. Nacht Und so, mein Gebieter, geht die Geschichte weiter. Ein jeder von ihnen rief, sie gehört mir. Da stand einer von ihnen auf. Hört meinen Vorschlag, wandte er sich an die anderen. Jawohl, antworteten sie und er sagte, lass das Mädchen in irgendeinem Haus zurück, hängt Schlösser davor und schließt sie bis morgen früh dort ein, so Gott will. Wer von euch dann am listigsten und geschicktesten ist, der soll sie haben. Was für eine gute Idee, lobten die anderen. Damit ergriffen sie das Mädchen, brachten sie in ein Haus, hängten ein Schloss davor und begaben sich für diese Nacht zur Ruhe. So wie sie am Morgen erwacht waren, öffneten sie die Tür und suchten nach dem Mädchen. Sie fanden keine Spur mehr von ihr. Da sagte der fährten Leser, ich werde nachsehen, auf welchem Weg sie entkommen ist. Er suchte eine Weile. Dieses Mädchen, sagte er dann zu ihnen, wurde von einem Ifrit entführt, einem von den Djinnen. Hätte ein Mensch sie entführt, so würde ich hier seine Spuren sehen. Doch nun folgt mir, damit ich euch seine Fährte zeigen kann. Denn ich schwöre bei Gott, selbst wenn sie so hoch wie die Sonne gestiegen oder im tiefsten Grab untergetaucht wäre, ich finde sie. Mit diesen Worten führte der Fährtenleser sie auf der Fährte entlang, bis er mit ihnen ans Ufer des Meeres gelangt war. Auf dieses Meer ist sie hinausgefahren, befand er. Da wandten sie sich an den Tischler. Wo ist denn nun deine Handwerkskunst, mit der du immer geprahlt hast? Jawohl, sagte der Meer und baute ihnen ein Boot. Sie stiegen alle miteinander ein und fuhren aufs Meer hinaus. Mitten auf dem Meer erreichten sie einen hoch aufragenden Berg. Der Berg sah aus, als sei er mit Schnäbeln aufgehackt und mit Sägen zugerichtet worden. Sie warfen die Anker aus und machten ihr Boot fest. Dann sagten sie zu dem Fährtenleser, nun, wo ist deine Kunst, derer du dich rühmst. Zurecht, sagte der und führte sie die Fährte entlang bis zu einer Höhle. Und siehe da, dort fanden sie das Mädchen und in ihrem Schoß ruhte der Kopf eines schlafenden Ifrit. Sogleich machte der Fährtenleser kehrt und ging zurück zu dem Dieb. Und wo ist deine Handwerkskunst, ehrenwerter Dieb, mit der du immer prallst? forderte er hinauf. Wohlan, antwortete der, stieg vom Boot, ging zu dem Mädchen und fand sie in der Höhle, genau wie zuvor. Mit trickreichen Kunstgriffen beförderte er den Kopf des Ifrit von ihrem Schoß, während der Ifrit weiterschlief. Er führte sie zum Boot und sie stieg ein. In diesem Moment erwachte der Ifrit aus seinem Schlummer und fand keine Spur mehr von dem Mädchen. Er stieß einen Schrei aus, von dem der ganze Berg wieder hallte. Dann erhob er sich in die Lüfte. Unter sich erblickte er das Mädchen in dem Boot. Er schoss herab und stürzte sich auf sie, um sie alle miteinander zu versenken. Da sagten sie zu dem Schützen, wo ist denn deine Handwerkskunst, mit der du dich brüstest? Zu Diensten, sagte Ifrit tot, verlangten sie. Er nahm einen Pfeil, legte ihn in seinen Bogen, spannte und schoss auf den Ifrit. Dieser stürzte tödlich getroffen ins Meer. Jetzt sagte ein jeder von ihnen, das Mädchen gehört mir, und sie begannen miteinander zu streiten um die Künste, die sie angewandt hatten. Werd ihr einverstanden, schlug nun der Dieb ihnen vor, dass der Beherrscher der Gläubigen Harun Arraschid in der Sache des Mädchens über uns richtet? Das lass uns tun, stimmten sie zu. Ich werde euch zu ihm bringen, sagte er. Und wem auch immer er das Mädchen zuteilt, dem wollen wir es gönnen, dass er sie dann auch bekommt. Gut, sagten sie und erklärten sich einverstanden. Das also nahmen sie sich vor. An dieser Stelle unterbrach das Morgengrauen Schahrazad und sie verstummte. Der König erhob sich, entzückt von ihrer spannenden Geschichte, verschloss die Tür, versiegelte sie mit seinem Siegel und begab sich zu seinem Regierungssitz. Schahrazad Schahrazad